Ich wollte gerade sagen, ich will mein Fenster ja auch nicht zum Geld rauswerfen. Kann man machen, ne? Und der ist wirklich nice. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog auch immer so schön sagt. Hey Freunde, Fragrance Dog hier wieder. Der einzig wahre Fragrance Dog live aus Hamburg. Ja, heute kommt meine düftete Woche und zwar aus der Kalenderwoche 1. So, und sie kommen immer sonntags jetzt. Das heißt auch direkt von der Woche oder von dieser Woche und auch heute, den Duft, den ich heute trage. Ich habe sonst was immer so gehandhabt, dass sich das freitags rausgebracht hat oder die letzten Wochen des letzten Jahres habe ich auch Sonntag rausgebracht. Aber das waren immer die Düfte von der Vorwoche, die ich da getragen habe. Nein, jetzt immer direkt von dieser Woche. Wir fangen an. Montag habe ich Givenchy Gentleman getragen. Ja, sehr nicer Oldschool-Duft. Barbershop-mäßig süßlich, weil Honig drin. Leichtes Leder. Sehr geil. Muss man mögen. Werd nicht jeder mögen. Aber mir gefällt es einfach, wenn man im Büro ist, zu Hause hier, allein in dem Fall geht das. Aber da will ich jetzt keinem mit abstellen. Versteht das nicht falsch. Er kommt sehr, sehr gut an. Er kommt sehr, sehr gut an. Allerdings müsst ihr dafür, wenn ihr diesen Duft tragen wollt, sagen wir mal, schon so ab 28, sage ich mal. Nicht vorher. Natürlich finde ich es geil, wenn Leute, die jung sind, auch diese Düfte schon mögen oder tragen. Sehr, sehr nice. Darum geht es gar nicht. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Aber testet den mal. Hier ist Honig, wie gesagt, drin. Und hat der echte Barbershop-artig. Der ist einfach genial. Ich habe da schon den Livestream gesagt. Absolut genial. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, Dienstag, Altamir von Ted Labidus. So, das ist ein Ende für Gaudier Nummer 2. Jean-Paul Gaudier hat ja den Duft eingestellt. Und hier ist er wieder. Nicht teuer, obwohl preislich ständig was geändert. Ich weiß auch nicht, wie lange der noch auf dem Markt ist, weil ihr wisst ja. Aber hält sehr, sehr nice. Und beim Spazierengehen draußen, sehr geil. Auch zum Essen gehen, wollte ich gerade sagen. Ähm, es ist ja jetzt ein bisschen, wenn ich das sage, zum Essen gehen oder zum Ausgehen. Dann nehmt ihr jetzt nicht die aktuelle, beschissene Situation. Die meine ich nicht. Nein, wenn es offen ist, kann man auf jeden Fall sehr geil mit dem Essen gehen. Im Winter natürlich kommt sehr, sehr nice und kommt den Gaudier 2 sehr, sehr nah. Wirklich. Und das ist ja ein geiler Duft gewesen. Klar, hier habt ihr ihn mit Altamir von Ted Labidus. Am Dienstag. So, Mittwoch habe ich Wet Tabacco von Mancera getragen. Ja, zu dem Duft muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Hier, man darf nur nicht vergessen, schon aufdrehen. Und dann kommt der Spuria RS, hat auch was. Ja, da habt ihr eine süßliche Tabaknote mit Leder, allem möglichen Pipapo, was hier drin ist. Aber ein Duft, sehr, sehr geil. Einer meiner Favoriten in meiner Sammlung. Hyper-Kite, saustark Bombe plus ein Ausstrahlungssilage, sehr, sehr nice. Viele verwechseln oder viele nicht verwechseln. Viele vergleichen den immer mit Karlai von Parfums in Mali. Ich mache den hier lieber. Was heißt lieber? Karlai ist auch nicht schlecht. Aber vom Preis her, wenn ihr was gleichwertiges haben wollt für die Hyper-Kite. Und ich weiß ja, dass viele Karlai als Monster darstellen. Der ist hier ja auch ein Monster. Denn holt euch diesen und ihr habt ja einfach noch ein bisschen mehr leichte Süße. Der gefällt mir richtig gut. Richtig schöner Tabakduft, der wirklich von aller Feinsten ist. Da könnt ihr eigentlich nichts mit falsch machen, wie ich immer so schön sage. Und der ist wirklich nice. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog auch immer so schön sagt. So, was haben wir jetzt? Am Montag, dieser Mittwoch, Donnerstag habe ich Bentley Intense getragen. So, und da liegt das Problem ja, dass der reformuliert worden ist. Ja, trotzdem ist es ein geiler Duft. So, er wurde reformuliert. Trotzdem riecht der Duft immer noch so und geil. Der sogenannte süßliche Rum. Schöner Rum-Duft. Hier noch die alte Version. Hyper-Kite. Ich sage ja immer so, also was heißt, ich weiß es ja, 14 Stunden. Er hält ewig. So, super Ausstrahlung. Ich kenne die aktuelle nicht, aber es bringt ja auch nichts, die zu kaufen. Für mich jetzt nicht, weil ich habe hier 100ml noch voll. Und nur zum Testen zu sagen, ja, der hält weniger, macht das keinen Sinn. Auch bei mir nicht. Ich will mein Fenster auch nicht zum, mein Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will mein Fenster ja auch nicht zum Geld rauswerfen. Kann man machen, ne? Ja, nee, aber sehr geiler Duft. Das heißt aber nicht, jetzt versteht er sich falsch, dass der aktuell, dass ihr den nicht kaufen sollt. Doch, aber ich brauche ihn, ich, weil ich habe ihn ja hier, die Version noch. Wenn die mal leer ist, werde ich mir auch die, jetzt, auch wenn sie nicht so stark ist mehr, man kommt ja nicht drum rum. Vielleicht ist sie ja bis dahin wieder besser, weil jedes Jahr wird der Badge geändert. Wirklich. Ich habe das Gefühl, gefühlterweise wird jeder Badge geändert überall. Tja. Sehr geil. Donnerstag auf jeden Fall. Bentley Intense. Ja. Freitag. Azare Poam. Exelia. Ja. In Endeffekt jetzt schon ein Klassiker. Gibt es, ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, aber wurde schon wieder eingestellt. Ja, das heißt, ihr müsst schnell sein. Ich werde die Düfte natürlich so gut wie es geht, wenn ich sie bekommen, verlinken. Das ist ein Duft, kennt ihr, Hot Water von Davidoff. Sehr ähnlich, aber ich mag Hot Water nicht. Überhaupt nicht. Hier ist die DNA schon sehr, ja, ähnlich, aber der ist um einiges besser, weil würziger und vor allem fruchtiger. Fruchtiger. Ich glaube, das hatte ich letztens in meinem Video bei den Klassikern falsch ausgedrückt. Er ist einfach fruchtiger. Hier kommt die Kirsche oder was auch immer hier drin ist. Dein Hintergrund ist viel geiler als bei Hot Water. Hot Water komme ich, das ist zu synthetisch und das ist eher hier nicht. Ein geiler Flakon, wie ihr seht. Ein Licht ein bisschen schwer zu sagen. Zu sehen. Sehr geil. Also, auch, also, wenn ihr damit spazieren geht, ein bisschen windig, kalt, ein Grad. Wenn ihr natürlich nach vorne geht, nehmt ihr den nicht so wahr. Aber wenn ihr da in einer Ampel zum Beispiel stehen bleibt, dann habt ihr so richtig, ja, das umhüllt euch. Also, richtig geiler Duft. So, Samstag. Paco Rabanne Po Om. Und das Lustige ist, den kennen im Endeffekt nur, ja, die Hardcore-Fans, die schon lange Düfte mögen, weil viele sagen, ja, Paco Rabanne, ähm, tragen nur süße Düfte. Nein, ja, richtig schön, oldschool, grün, würzig, noch richtig mit Eichenmoos drin, jedenfalls in dem Flakon. Hier müsst ihr mal gucken, ab und zu, äh, mit Glück hackt ihr einen, da müsst ihr nicht nachfragen, da müsst ihr einfach Glück haben. Mit Glück bekommt ihr einen, wo hinten noch draufsteht, Eichenmoos, der hat hier noch Eichenmoos. Sehr, sehr geil, grün, würzig, frisch, in die Barbershop-Richtung, sehr geil, oldschool, das muss man natürlich mögen, das ist klar, das macht aber nicht jeder, aber testet mal, ich muss wieder erwähnen, meine, äh, meine Quote liegt bei 98% ungefähr bei meinen Abonnenten, die zufrieden sind, mit denen dürften, und ich stelle ja nur nicht wenig Düfte vor, 98% sind zufrieden. 200 ist bla zu sagen, so, 98%, da sind nicht viele bei, die sagen, das war ein Fehlkauf. Nein, ich mache das schon, ohne mich zu erloben jetzt. So, richtig, weil, natürlich, vorweg, ich muss das immer wieder erwähnen, betonen, es ist nicht so einfach, ich kann nicht von jedem den Geschmack treffen, das geht gar nicht, das geht null, das schafft man nirgendwo, im Fußball nicht, beim Essen nicht, überall nicht, aber 98%, sehr, sehr viele sind zufrieden, sagen mir das, schreiben das auch, das finde ich cool, und ja, testet den mal, sehr, sehr nice. So, und zu guter Letzt, ah, schnitt ein bisschen weit weg wieder, und zwar heute Versace Aeros. Das war heute Toilette, die alte Version auch, wurde auch reformuliert, soll auch nicht mehr so stark sein. Ich habe hier noch, das sind ungefähr, ja, das sind 100 ml, wie viel sind das noch, 80, keine Ahnung, das reicht auf jeden Fall eine ganze Weile, weil der ist wirklich sehr, sehr stark. Und ja, Vanille, Vanille, bisschen synthetisch, aber sehr penetrant, den nimmt man immer wahr, also wenn du durch einen Hausflur gehst, der danach reinkommt, weiß, auf jeden Fall, hier war der Versace Aeros am Start sehr stark, jedenfalls bei der Version. Also, ja, sehr cool, Versace Aeros, ja, das waren meine Düfte der Kalenderwoche 1, sehr, sehr nice, würde ich mal sagen, hat Spaß gebracht und auch gemacht, die Düfte zu tragen, weil gerade jetzt bei 1 Grad sind übrigens auch so eine Düfte, wie ein Barbershop-Duft, wirklich sehr nice, sehr nice. Und ja, der ist richtig cool gewesen, also da war ich mit unterwegs und jedes Mal, wenn der gekommen ist, so richtig, ah, ein, sieh dich, super lecker, super lecker, Geheimtipp, Geheimtipp. Ja, und der erste natürlich, Givenchy, das muss man mögen, das muss man mögen, aber testet den mal, das ist Givenchy bester, finde ich, da gibt es die anderen auch mit Iris, klar, aber hier der alte, der Decke geht hier bei mir ein bisschen schwer rauf, aber egal, sehr cooler Duft. Tja, Leute, das war meine Düfte der Woche, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, mach's gut, feigern's da. Bis zum nächsten Mal.